So Herzlich Willkommen Ja, im heutigen Stream So, das ist zu laut Also im heutigen Stream werden wir Unsere Flamme Oder den Altar aufwerten können wir auch, aber das machen wir später Unsere Flamme upgraden, dafür brauchen wir noch Indigo-Pflanzen und Bernstein Ja, Moinsen Genau, und dann machen wir noch Quests und so weiter Was geht Joa, äh, ich hab heute Urlaub Und, äh, ja, so weit geht's eigentlich ganz gut Schulter ist auch wieder Einigermaßen in Ordnung Also, alles top Und ich hab ein neues Spiel gefunden Ja, 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 ja Und, äh, ja, 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 Oh, was? Was für ein Interview machst du denn? Also Interview, Interview, äh, Fernsehmäßig oder, äh, Vorstellungsgespräch? Oh, interessant. Also Vorstellungsgespräch. Ja, da kann ich es verstehen, dass man nervös ist. Ah, okay. Ja, aber das geht eigentlich. Also das Gute an solchen, äh, Gesprächen ist, meines Erachtens nach, muss man dazu sagen, ne? Ähm, du bist in deinen eigenen vier Wänden und kannst bedeuten, besser, besser entspannen, weil, ja, du nicht, also ich hab das Gefühl, man wird nervöser, je weiter man weg von zu Hause ist, bei sowas. und dadurch, dass du halt zu Hause bist, kannst du ja halt vorher noch eben einen Kaffee machen, einen rauchen, dann setzt du dich entspannt hin und dann gehst du in dieses Gespräch rein und, äh, ja, finde ich bedeutend angenehmer und entspannter. und dann... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Wie kann man das gut beschreiben? Also, dass am besten nicht hinter dir ein Fenster ist, sondern am besten vor dir. Und wenn du in der Kamera zu dunkel aussiehst, dass du dir vielleicht noch hinter der Kamera bzw. Webcam, Laptop, was auch immer, ein Licht stellst. So siehst du gut ausgeleuchtet aus und wenn du so ein starkes Hintergrundlicht hast, dann erkennt die Kamera das nicht und macht dich komplett dunkel. Also, das würde ich empfehlen und halt ein ruhiger Raum, wo du sehr, sehr entspannt sitzen kannst mit einem vernünftigen Stuhl. Also, beziehungsweise da, wo du dich gemütlich fühlst. Ich würde jetzt aber zum Beispiel keinen Sessel nehmen. Aber sonst, stell dir notfalls, was ich raten kann, stell dir ein Glas Wasser noch hin. Dass du zwischendurch einfach was trinken kannst, weil bei Vorstellungsgesprächen habe ich das Gefühl, schlimmer als sogar beim Stream, du kriegst einen trockenen Hals, weil du dich irgendwie fusselig geredet hast. Also, das ist meine Empfehlung. Nice. Ja, also, die meisten Gespräche sind ja eh, wirklich, eine halbe Stunde ist schon gut. Und außer, du hast sehr viel zu erzählen oder die haben sehr viele Fragen, aber die meisten Gespräche, auch die, die ich schon geführt habe, aus beiden Sitzpositionen, also ich habe Leute zum Vorstellungsgespräch eingeladen und auch andersherum, ist es meistens wirklich so, dass du fünf bis zehn Minuten wird der Laden vorgestellt, also die Firma. Und dann, ähm, unterhält man sich einfach für eine halbe Stunde, 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten unterhält man sich. Ähm, notfalls, was ich dir noch raten kann, ist, äh, guck im Internet nach einer, äh, Software für eine Stoppuhr, die du dir einfach auf den Bildschirm zusätzlich legen kannst. Und, ähm, dann startest du die einfach und dann siehst du grob, wie weit du bist, weil du guckst ja in die Kamera und dann hast du ja meistens immer den Bildschirm irgendwo unter der Kamera. Und, äh, da siehst du dann, wie viel Zeit schon vergangen ist. Und die meisten Softwaren haben auch so, so eine, ähm, Anzeige, wie lange das Gespräch schon geht. Also, da würde ich mir eher ein wenig an den Kopf machen. Und notfalls stoppen dich die Leute. Das muss aber nichts Schlimmes bedeuten. Also, meistens, äh, ist das halt so, dass du, äh, dass die einfach genügend gehört haben und das war's. Also, ja, so mach ich das auch. Also, wenn ich genügend weiß, hat aber nichts mit der Person an sich zu tun, außer es wird ein Haufen Müll gelabert, dann, äh, brechen wir schon früher ab, aber sonst halt überhaupt nicht. So, Freunde, ich hab Bernstein gefunden. Wir reisen hier vom Düsterdick, ich warte, die Schnellreise zu diesem Punkt hier. Und dort ist ein Felsen, der Bernstein beinhaltet. Nee, nee, also wie gesagt, es geht nicht darum, dass du abgelehnt wirst, sondern, ähm, dass man einfach schon genügend gehört hat. Und das reicht meistens, um eine Entscheidung zu treffen. Darum geht's eigentlich. Ja, und hier haben wir diesen orangefarbenen Felsen. Man erkennt das recht gut. Und wenn wir den jetzt abbauen, bekommen wir Bernstein. Sogar relativ viel. Und so kann man hier entspannt Bernstein farmen. Und sobald der Server oder dein Singleplayer-Game neu startet, wird diese komplette Quelle wieder zurückgesetzt. Ich kann dir eins sagen, das ändert sich. Also das ist, das ist eine Typensache und ganz normal. Also, ja, ich hab das auch. Kann man nix gegen machen. Solange, ähm, man sich selbst drauf einstellt, ist das nochmal zusätzlich entspannter. Und wie gesagt, dadurch, dass das zu Hause stattfindet, ist das nochmal bedeutend entspannter. So, ich habe das ja, ich sage. Oh, ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht. Was ich zum Beispiel fragen würde bei einem Vorstellungsgespräch wäre folgendes Was können sie mir denn über unsere Firma sagen Also Tipp von mir guckt ihr einfach die Internetseite der Firma an guckt womit die sich hauptsächlich beschäftigen und irgendwelche Kennzahlen zum Beispiel keine Ahnung in deinem Fall denke ich mal wie viele LKWs jährlich fahren durch die Gegend ich weiß nicht was man da auf eine Internetseite als Transportunternehmen setzt Was man dann noch nehmen kann ist dass man den Werdegang von dir fragt also was du bis jetzt gemacht hast da vernünftige Aussagen treffen und was geht noch ganz am Ende werden die meistens noch fragen ob du irgendwelche Fragen hast da ist es immer gut einfach mal nachzufragen wie das weitere Vorgehen jetzt ist nach dem Gespräch sowas wie meine Handynummer oder E-Mail Adresse haben sie ja dass man das noch mal fragt ob die Daten richtig sind ja wie wie das weitere Vorgehen ist also ob die sich melden ob du anrufen sollst und nachfragen sollst und ja das das zeigt dann immer Interesse das ist ganz gut und irgendwelche Dinge die dir wirklich auf dem Herzen liegen sind auch noch mal wichtig ja das musst du selbst wissen also was halt auch interessant ist ob es wenn das ein Bürojob zum Beispiel ist ob es Kernarbeitszeiten oder eine Kleiderordnung gibt das zeigt dann auch noch mal Interesse und ja und sonst kann ich dir sagen man stellt sich darauf ein dass Leute nervös sind und das versucht man mit mit dem Gespräch und dass es entspannt ist halt abzustellen vor allem hat man jetzt gemerkt in dieser Bewerbungskultur dass Gespräche von zu Hause ähm bedeutend besser sind für beide Parteien weil man einfach viel mehr Informationen ähm aus dem Bewerber rausbekommt Joe Für die Wandfarbe eher weniger. Aber da, da muss man halt auch drauf achten, wenn du dann einen großen Mittelfinger auf der Wand drauf hast und man das direkt im Bild sieht, kommt das nicht so cool, als wenn das einfach nur eine normale Wand ist, wenn man es so sagen will. Ja, also, aber darum würde ich mir eher weniger in den Kopf machen. So, ich setze. So, ich muss sich das mitnehmen und so weitergehen. So, ich muss auf der Wandfarbe gehen. So, ich muss das mitnehmen, ich muss das mitnehmen. So, ich muss das mitnehmen, aber ich muss das mitnehmen. So, ich kann zwei zwei Gotchafechen das. Ah! ja siehst du dann braucht man sich da auch kein kopf machen was habe ich ja okay so hey wenn das alles funktioniert die internetverbindung in ordnung ist dann kannst du glaube ich auch ein bewerbungsgespräch aus dem lkw führen hast du zum einen einen sehr interessanten einstieg in das gespräch was man positiv sehen kann und zum anderen sehen die dass du mit lkw umgehen kannst so aber ja und sonst kann ich eigentlich nur sagen solange man sich nicht anstellt wie der letzte mensch läuft das eigentlich relativ easy solche gespräche ja 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 das war schon immer gelb ich habe ein paar änderungen also das ist eher so ein grün gelb so ich habe auch ein paar änderungen an der kamera gemacht und zwar habe ich die mal ein bisschen besser eingestellt die ist zwar ein ticken dunkler jetzt wodurch das aussieht als ob ich einen wirklichen vollbart habe aber habe ich gar nicht aber ja dadurch kommen die farben ein bisschen besser rüber aber ich habe ich habe ein neues mikrofon damit kommt die sprachqualität hoffentlich ein bisschen besser rüber gehört ist so richtig gut also den unterschied zwischen wie ist es gleich noch 10 euro 50 und 105 euro machen sich dann doch stark bemerkbar das habe ich auch noch reingestellt und wenn morgen alles geliefert wird was heute leider nicht passiert ist habe ich morgen sogar einen streaming rechner mit denen ich streamen kann was in des wortes genau ja ich ich habe ausgegeben habe ich 35 euro aber gekostet hat 105 wenn man es so nimmt bei uns auf der arbeit kriegen wir immer zum geburtstag irgendwelche gutscheine also habe ich einen amazon schein bekommen letztes jahr und den hatte ich noch über und dann hatte ich da reingeguckt und das mikro was ich mir angeguckt hatte das war von 100 110 105 euro runter gesetzt auf 85 dann gab es noch mal 10 prozent auf die bestellung vom hersteller und dann den gutschein und der am ende hat es irgendwie 30 oder 35 euro gekostet also konnte ich jetzt nicht meckern die tonliche verbesserung die ich dadurch bekommen habe finde ich mega okay ja also wir werden gefragt was wir denn haben wollen und dann sagt man einfach was man haben will viele machen auch einfach nur zum beispiel ein obi gutschein oder sowas und ja ich wollte amazon haben also von der firma selbst gibt es auch nichts sondern das sind die arbeitskollegen die dann gesammelt haben ja für top für top pflanzen oder so ich habe keine ahnung ich wusste jetzt mit dem obi gutschein auch nichts anzufangen aber ja das sind dann eher meine älteren kolleginnen also die die freuen sich wirklich über obi gutscheine die kaufen sich dann blumen oder top pflanzen und 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 damit werden wir dann zwischendurch auch belästigt also ganz schlimm sind so komische stinke blumen also jetzt nicht unbedingt so eine art von blumen hier aber die verhalten sich fast genauso die eine diese mitgebracht hat die hat das komplette büro zu zugemockt hast du den kaktus festgeklebt oder hält der so ah ok dann dann ja sollte das auch obwohl bei einer vollpreisung stelle ich mir das auch spannend vor wenn du dem auto ausweist und eine millisekunde später musst du noch dem kaktus ausweichen der von hinten angeflogen kommt das und also so so Das war's. Was ist das? So, wie viel Indigo? 16. Okay, also kein Ausweichen von Kakteen, die durch die Gegend fliegen. Das finde ich gut. So, wir haben jetzt genügend Materialien zusammen, um den Flammenaltar zu stärken. Also die Stärke der Flamme zu erhöhen auf Flammenstufe 4. Wow. Damit haben wir jetzt die Möglichkeit, weiteres Gebiet zu erforschen. Wo haben wir es denn hier? Also, ich hoffe, dass wir da rein können und nicht trotzdem abnippeln. So, im letzten Stream kamen wir hier nicht rein, weil das die Miasma-Stufe zu hoch war. Ja, da werden wir jetzt einfach mal gucken, ob es immer noch... Ne, okay, wir können hier rein. Sauber. Dann werden wir hier erkunden und mal gucken, was wir hier finden. Aber ich gehe davon aus, dass es ein hochstufiger Bereich ist. Stufe 16, die Viecher. Ja, mal gucken. Kalkstein. Nice. Thanks. Hm. Das war's. Das war's. Das sieht echt nice aus. Das war's. 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 Das was war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich kenne davon Überhaupt niemanden Also das ist wirklich jetzt Ich mache ein Blind Also ich gehe da Komplett ohne Vorwissen Rein wer da überhaupt dabei ist Und 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 Also ja ich denke das kann Recht lustig werden Weil man ja auch nicht weiß wie die anderen Leute und so weiter Dann reagieren und ja Aber ich habe mir da schon Gedanken gemacht was ich Bauen will und was ich Mit was ich starten will und Ja mal gucken Und ich habe mir schon ein schönes Wie heißt es gleich noch Ein schönes Baugrundstück ausgewählt Das konnte man vorher machen Und ja Ich weiß nur noch nicht wie das Ablaufen soll weil Die Aussage ist um 20 Uhr Starten wir Aber ich weiß nicht ob ich vorher den Stream Schon einschalten darf oder nicht Wir werden wollen Aber ich weiß nicht ich glaube nicht Yang något Das almost 言 Also Ich weiß nicht 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 Halt, Halt, Halt Halt, 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 Halt Halt, 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 Halt Das war's. 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 Oh. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh. Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Wow. Das war's. Das war's. So. 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 Oh. Oh. ... Oh. 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 ... 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 Ofen, Fladen, Salzwasser, Mehl, Mehl ist interessant. So, Quests. Oh, das ist auch da hinten. Dann würde ich das als nächstes in Angriff nehmen. Aber vorher brauchen wir neue Büsche. Oh, das ist das. Oh, das ist da hinten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann können wir doch mal hier... Hier. Und rein da. Ups. Ups. Immer schön auf dem Power Scale. Na komm her. Ups. 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 gekochte eier und federn Freunde was habt ihr denn hier so in der eine truhe säure bis neuer zauber nun Federn und Rebellen und Das war's für heute. So, gibt's hier noch was Spannendes? So, ein paar Fälle, die können wir mitnehmen. Und mehr nicht. Okay. Und dann sollte ich gleich mal ein Altar bauen und die Waffe upgraden. Okay. Ja, und Stein mauern bis zu 5000. Ich hab mal nicht hingeguckt aus Versehen einmal. Schon grobe Steinblöcke bis 5000. Da ist mir ein kleiner Fehler passiert. Oh, 41. Nice. Ja, leider schon. Das ist, äh, gefühlt vier Mauern und dann... Aber jetzt stell dir mal vor, davon könntest du auch nur 100 tragen. Oder 1000. Ja. Vielleicht kommt da ja noch was. Aber ich glaube... Boah, hier ist jetzt der Boden. Oh, Kalkstein. Das ist doch Kacke. Aber ich denke mal, dass das Spiel hier, das ist so prädestiniert fürs Modding. Also, ich denke, da wird dann noch was kommen. Oh, einstall zu wenig. Oh, nett. Weil's im Weg ist oder, äh, weil du's brauchst? Hey, wer bist du denn? Ah, okay. Ja. Oh, mein Gott. Dat ist ein bisschen wat. Bisschen sehr viel. Wie viel Schott brauchst du denn? Oh, Gott. Oh, ei. Die sind immer schön. Oh, Gott. Oh, Alter. Ich glaube, meine Maus ist Schrott. Moment, oh, ich habe eine G5-2. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich ko. ARD Text im Auftrag von Funk Jetzt weiß ich nicht, ob das das Spiel ist. Okay, ist nicht die Maus, das ist das Spiel, dann kaufe ich mir keinen Maus. Wie groß willst du denn bauen? Hast du schon irgendeine Abmessung oder... Oh nice. Rohrzucker. Reubusch. Spinnenhandelsposten, lodernder Fels. Oh. Und das dann alles mit Bodenplatten auslegen oder wie? Alter, das ist riesig. Hi. Okay. Rafa. Du hast gesagt, ich würde Montag Mittag hier sein. Ich habe eine Ewigkeit gewartet, um das Paket für Oswald anders abzuholen. Ich habe sogar einen Wagen vorbereitet, weil du gesagt hast, es wird schwer zu tragen sein. Alles umsonst. Ich sagte den Conway Brüdern, sie sollen einen Rahmen schicken, wenn sie da sind. Obwohl, wenn sie versuchen, ihre Route durch den Umbra-Kreator abzukürzen, können wir das Paket komplett vergessen. Zu meiner Verteidigung. Ich sagte ihnen, sie sollen diesen Weg nicht nehmen. Es könnte ihr letzter sein. Aha. Oh. Plündern. 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 Plündern, plündern, plündern. Plündern. heaving merken. Musik Henkers Axt, Stufe 16, 51 Schaden. Das ist denk ich um eine Zweihand. Uppala. Hallo, Jair. Oh, krass. Und was soll das Endprodukt sein, was du auf, ähm, da draufsetzen möchtest? Wieder ein Turm? Oder diesmal irgendwas anderes? Ey. Oh, Säbelzahntiger. Alter, da hin. Ey. So, ich glaube, hier oben baue ich ein Flammenaltar hin. Gegner in der Nähe? Wo ist denn hier ein Gegner? Da. Aber. Okay, ich glaube, ich muss unsere Trankproduktion mal voranbringen. Was ist das? Äste. Äste. Eine Festung mit Mauern, Wachtür, mal schauen. Oh, geil. Ja, ich glaube, das kann man richtig gut bauen. Du brauchst ja zum Glück den Innenbereich ja nicht auffüllen mit, ähm, wie heißt das gleich noch? Mit Krams. Aber. Nice. So So Gott Ja, ich will auch noch für jeden NPC eine Hütte bauen Ähm Ich weiß nur noch nicht Also ich hab noch Keine genaue Idee, wie ich das mit Den Hütten mache Säurebiss Vielleicht sollte ich umkehren Ah Ja Also Ich hab hier Bei dem anderen Dorf Bei Flammenglut oder Glutflamme Hab ich den Weg abgebaut Weil ich nix gefunden hab Womit du nen Weg machen kannst Also hier So ein Trampelpfad Also hab ich dann Hier einfach den Den Nicht den Schotterweg Sondern Wo war denn das? Das hier Hab ich abgebaut Weil hier kriegst du nur Steine Wenn du die abbaust Aber wenn du Den hier abbaust Kriegst du Erdwegblock Den hab ich noch nicht rausgefunden Wie man den herstellen kann Also hab ich hier Den Erdwegblock Abgebaut Hier glaub ich das hier auch Ja So Okay. 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 Ups. Oh. Oh. Alter Schwede ist das. Wenig. Wenn man es genau nimmt. Ähm. Ja. Gibt es irgendwie eine Sensor oder sowas? Oh. 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 Krass Das ist krass viel. Also mit Respekt. Rohr 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 Ja, aber trotzdem, das ist schon eine Menge. Also finde ich zumindest. Ich glaube, das wäre dann für viele einfach so eine Hardcore-Farm. Und dann bist du irgendwie an plötzlich Stufe 25, weil du einfach nur gebaut hast. Ich glaube, das ist schon eine Hardcore-Farm. Ja, aber man kennt ja die Leute. Ja, ich mache mal ein kleines Bild. 37 x 37 Grundfläche. So, da kannst du ja hochrechnen. Dann nehmen wir einfach mal die Steine, die du jetzt gefarmt hast. Und teilen die einfach mal durch zwei, weil du kriegst ja im Durchschnitt so zwei Steine pro Schlag. Und ja, ja, obwohl Flint und Kupfer ja auch. Oh, ich muss hier hin. Oh, ich muss hier hin. Ja, die habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Ich glaube, die würden aber ganz nice als so Kopfsteinpflasterweg aussehen. Aber dafür kannst du die halt, glaube ich, nicht als Naturmaterial nehmen. Das hatte ich noch nicht nachgeguckt. Weil den Naturmaterialweg finde ich besser als, was du händisch bauen kannst. Oh. Rabenblick, Bergfried. Oha. Ist ja ein großer Almanach. Oh Gott. Dankeschön, Easy Ways. Oh. Oh. oh nein den mag ich nicht der ist fies ja genau finde ich auch aber trotzdem danke freut mich sehr so ich bin nicht ich verstehe ich Der war echt gut getan. Ja, wir sind jetzt im Osten mit der Flammenstufe 4 und ich wollte jetzt hier die Sachen für die Bitte des Schmiedes und die zwei Sachen hier unten noch machen. Ich weiß gerade nicht welche. Das ist entweder der Schwarze Kessel. Ja, der Schwarze Kessel. Oder die Gerber. Ne, ich glaube das war die Gerberstation. Genau, Rabenblick Bergfried. Das wollte ich jetzt fertig machen und dann auch mal irgendwann die Häuser für die NPCs bauen. Genau. Da schiebe ich so gerade ein bisschen vor mir her. Protokoll des Rabenblick Bergfrieds. Tag 147. Anzahl der Insassen 53. Heute gab es einen weiteren Aufstand. Insasse Lupa stachelt die anderen auf. Hat den Quartiermeister während des Essens ins Gesicht gespuckt. Hinterließ ein Brand mal auf seiner Wange. Das Miyamasma kommt immer näher habe. Keine Ahnung wie lange sich die Wachen diesen Übergriff noch gefallen lassen werden. Nice. Ja, was ich ein bisschen schade finde aktuell ist, dass man leider nicht sieht, was für Blöcke man noch nicht freigeschaltet hat. Und dann machst du Missionen und kriegst plötzlich wieder neue Blöcke. Das finde ich ein bisschen schade. Aber trotzdem, das Bausystem ist so geil. Als Boden kann ich es noch nicht einschätzen. Und so ein Boden ist auch nice. Meinst du, man kann solche Wände bauen? Und solche Fenster? Oder sind das wieder andere Module? Oh, nice. Ich, ich. Jetzt will man gar nicht mehr anfangen weiterzubauen, weil wir solche Blöcke haben. Das ist fies von dem Spiel. Ja, schreck. Mich. Mich. So. Glück mal. Geist. Komm. Geist. 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 Wir haben wir uns. Oh, gott, gott. Ja, easy ways, ich guck mal rein, auf jeden Fall. Äh, phoenix? Da habe ich, oh, wie heißt denn dieser Block, Moment, da hatte ich was gesehen, das ist vielleicht was für dich, Werkbank, äh, war das grober Steinblock, nee, grob geschnittene auch nicht, ach, wie hieß die, veredelte auch nicht, hier, verwitterte Steinblöcke, die sahen gut aus, ich weiß gerade nur nicht, wo ich die her habe. Die von den, äh, verwitterten sind noch größer, das sieht, äh, also nicht größer, ich, schwer zu erklären, das sieht besser aus. Die von den, äh, verwitterte ich. Die von den, äh, verwitterte ich. Warte, wenn ich hier durch bin, kann ich dir die zumindest mal zeigen. Weil die sahen echt nice aus. Niemand ist besser als wir. Wir stecken komplett allein in diesem Drecksloch. Sie haben uns in den Zellen zurückgelassen, um uns umzuverrotten. Sollen sie alle am Staub ersticken? Sogar mich, mich, ich sag doch, ich bin unschuldig. Ohne sie würde das Chaos herrschen. Man nennt sie die Mutter, Lupa. Selbst die zähsten Ratten wimmern, wenn sie in ihre Nähe kommt. Sie spuckt, wenn sie spricht. Von ihren Lippen suppt Flüssigkeit, Sauer und Widerlicht. Um sie liegt immer ein Hauch von Ethanol in der Luft. Sie hat einen Plan, das Tor von innen zu öffnen, können wir vergessen. Aber Holla... Ah, nee, hohle Wände, sagt sie. Eine Höhle hinter ihrer Zelle. Sie hat Hilfe von draußen. Eine Schwester, wie ich höre. Vielleicht gelingt uns uns der Durchbruch. Äh, ja. Ah, wo hatte ich die? Ich glaube, die habe ich aus der Hauptstadt. Ja, die groben Seen, äh, die, die verwitterten sind, glaube ich, richtig nice für einen Fußboden. Ah, das muss ich mir gleich mal angucken. Oh, guck mal. Schicke Steinblöcke. Die, die wir gesucht haben. Äh, oder ich. Wo ich gesagt habe, mhm. Da müssen wir gleich mal zu Hause gucken. Hallo, sehr. Ich werde zu dir gelangen. Lupa. Ich konnte nicht länger warten. Mit angehaltenem Atem reise ich zu Umbra Krata, um mich den Auftraggebern zu stellen. Nachdem er Bekanntschaft mit meinem Messer machte, sagte er mir, dass du vom Regen in die Traufe gekommen bist. Er sagte, dass du oben am Rahmenblickbergfried eingesperrt wurdest. Aber keine Sorge, sein Hals ist ausgeschlitzt, sein Körper bereits kalt. Er wird unsere Familie nicht mehr belästigen. Sie vergehen alle auf dieselbe Weise. Teilen dasselbe Puzzle. Der Rahmenblickbergfried wird dich nicht lange halten, Schwester. Ich werde dich befreien. Gib acht und warte, bis ich dich rette. Wir werden unsere Rache bekommen und dieses Land einen. Stets an deiner Seite, Kendal. Oh, ich sehe da was leuchten. Oh Gott. Ich mag den nicht. In welche Löcher? Meinst du das hier? Nee. Oder meinst du das ganz große, was ich jetzt eben gerade geflissentlich ignoriert habe, das hier? Oh, Luper-Skypierer. Also ich habe mir eine Feuerstein-Farm hier geholt. Da bei der kleinen Feuerstein-Line. Aber, ja, da muss man halt mal gucken, ob es da noch bessere Optionen gibt. Der kann jetzt zaubern. Oh Gott. Ja, habe ich auch schon festgestellt. Ähm, ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn du weiter nach unten buddelst oder... Ja. Aber sonst... Beim Startgebiet gab es ja etwas. Da konnte man einfach in den Boden reinbuddeln. Aber das war im Baugebiet leider drin. Deswegen habe ich es gelassen. Obwohl, warte mal. Da erinnere ich mich hier gerade an was. Ähm, ich hatte... Wo ist der Bauernhof? Hier. Hier, diese komplette Wand war voll mit Feuerstein. Also da könntest du mal gucken. Also da konnte ich einfach... Konnte man einfach so durchbuddeln und... Ja. 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 Ruhm für Mutter Lupa. Wir haben die Mauern durchbrochen. Lupa hat einfach den Stein zertrümmert. Und hinter dem Schutt befand sich tatsächlich eine Höhle. Wir fanden uns sofort unter ein paar Vuka. Aber die Mutter hat sie in ihrer blinden Wut beinahe lebendig gehäutet. Sie kann jede Bestie erzählen, wie sie kuschen und vor ihr Gnadenlosigkeit erstarren. Aber hier werden wir nicht aufhören. Die Welt gehört uns. Der Rahmenblick Bergfried ist erst der Anfang. Die Schwestern von Lupa wird sich Surats Rast annehmen. Während wir uns ein eigenes Versteck bauen, das selbst den Ubracatra überstrahlen wird. Ehre der Großmutter Lupa. Interessant. Die Schwestern von Lupa Ah, okay. Ja, nice. Zumustasch. So. Habe ich jetzt eigentlich die Gerberstation bekommen? Ah, okay. Gerberstation. So. Machen wir das hier unten auch. Nice. Ja. Ich habe aber noch nichts gefunden, was ich für mit Kalkstein machen kann. Oh, das kannst du halt auch richtig nice abbauen und hier ist alles voll. Oh, das ist alles voll. Oh Gott, was sind da? Ah, ah, okay. Okay. Oh, da ist ja noch einer. Ja, ich weiß, dass ihr blau vor Neid seid, aber ihr müsst mich hier nicht mit drei Leuten oder vier Leuten gleichzeitig angreifen. Alter. Oh Gott. Und ich habe keine Ausdauern mehr. Kreislauf, Kreislauf. Okay, ich sollte, glaube ich, nochmal eben meine Waffe wechseln. Oh Gott. Oh Gott. Die sind schon ein bisschen härter. Die sind schon ein bisschen härter. Ich glaube auch. Wie viel Feuerstein brauchst du denn da? Weißt du eigentlich, ob es einen Kreativmodus gibt? Wo man dann einfach wirklich, ich habe stark das Gefühl, dass du mehr Bock hast auf einfach nur bauen anstatt auf farmen oder questen oder, oder, oder. Also da ist jetzt die Frage, gibt es einen Kreativmodus? Hast du da mal was gehört? Oh Gott, was ist denn hier los? Oh, ich habe... Ich dachte, ich bin von hier weg. Ah, okay. Ja, cool. Dann ist das ja echt das perfekte Spiel für dich. Aber kreativ habe ich halt auch noch nicht gehört. Ist der durch Bohnen gefallen? Ja, ist er. Ist das jetzt... Stein. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das war's für heute. 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 Nice. Guck mal. Oh, geil. Howly, sieht das gut aus. Das hier sind die verwitterten Steinblöcke und den Boden finde ich... Kommen da Knochen, wenn du den Boden baust? Okay, anscheinend kommen... Ja, komm. Okay, anscheinend kommen da Steinblöcke, äh, Knochen. Wenn du den Boden dann mit den Wänden... Ach, das ist auch geil. Ach, das ist auch geil. Ja, aber hier mit... Mit den Knochen dran. Das finde ich nice. Das hier sieht eher so aus wie so ein Weg. Das hier finde ich... Das... Das wird noch nicht mal in... Passt... Ja, oder? Aber passt das hier in den Keller, finde ich auch eher weniger. Da finde ich den hier echt schon premium. Da... Die Fenster gehen. Aber das hier finde ich geil. Das ist der... Den... Den neuen Block, den ich bekommen habe. Den schicken Steinblock. Alles. Also... Von den Wänden, der hat hier auch mega die Holzbalisade. Die Decke finde ich geil. Also... Da kannst du echt... Das ist Hammer. Damit kann man wirklich bestimmt... Mega geile Häuser bauen. So... Wow, okay. Kalk und Holzbretter. Also das wird... Das wird richtig teuer. Aber sonst kannst du hier auch die Knochenblöcke nehmen. Woh. So... Was... Es... Entstand den Mago gesehen... Woh. Wow. Das sieht nice aus. So, ist mir gerade eben nämlich ein bisschen zu dunkel gewesen. Ah, das sieht aus, als ob da Rost auf dem Boden wäre. Aber ich glaube, für so nicht bewohnte Räume wäre das, glaube ich, eine gute... Aber echt geil, was für Optionen es hier gibt. Also finde ich zumindest, das ist mega. So, dann kämpfen wir mal hier hinten weiter. So, dann kämpfen wir mal hier. ja ich habe auch die grafik gerade ein bisschen komisch also noch nicht mal mehr auf high leider ist die hardware heute nicht gekommen sonst wäre das noch ein bisschen besser gewesen ja ich muss deswegen dem stream halt darunter stellen weil dann jetzt aktuell ist die qualität gleichbleibend mit mit stream war es halt zum teil so dass sich alles nur noch in klötzchen form abgebildet hat und das sah echt mies kacke aus da müssen wir hin angriff von oben treff nix so Ja, bei mir auch. Also Framerate nicht, sondern es wird einfach nur noch alles matschig, was sehr schade ist. Oh, wie viel ist denn hier? Ja. Ja, und bei mir war das, wo ich die Leistung hochgestellt habe, ist es irgendwann alles zu Max Performance geworden. Und es sah aus wie, guck dir mal die Bäume an. Die sehen aus, als ob die frisch vom Playmobil geklaut worden sind. Also, jetzt geht es ja hier aktuell, ne? Aber... Okay, hier ist nichts zu sehen. Ja. Ja. So. Rauch am Horizont. Ein verheerendes Feuer lodert auf. Dem Dächern von Suratsrast. Wir waren zu spät. Sie kamen von Rabenblick Bergfried. Geflüchtet. Jetzt ist Suratsrast ein Scheithaufen des Wahnsinns. Einfach fürchterlich. Was würde Mama tun? Sie würde losziehen, bevor die Sonne aufgeht. Alles Gepäck hinter sich lassen, schnell und leise mit dem Wind im Rücken. Die Straße zur Glutwache ist ein gefährlicher... Wir müssen los. Ehre sei Ehrenlands. Gesegnet sein, die Erbauer Jasmina. Okay. Hier ist nichts. Man würde denken, dass Königin Jasmina mit ein wenig Stil reisen würde. Mit Klasse, richtig. Ganz luxuriös, mit Elexion und Wein, nicht wahr? Aber hier ist nichts. Nur Malfarbe und Kissen. Pah. Wenigstens habe ich einen Eimer nach der Pflanzen und Setzlinge in Jasmins Zelt gefunden. Ich werde einfach so tun, als hätte es kein anderes Schätzchen gegeben, wenn es Simon nachfragt. Ich hoffe, ich kann den Knacker hinters Licht führen. Ziemlich scharfsinnig, dieser Kerl. Abgesehen von meinen privaten kleinen Schätzchen gibt es kaum etwas, was man für Suratsrast gebrauchen könnte. Außer vielleicht die getrockneten Yucca-Früchte. Aber erzähle das nicht. Mutter kennt halt. Das sind meine. Ja, kenne ich. Ich bin an einer komischen Grenze. Ich müsste mir einen komplett neuen Rechner kaufen, weil die nächste Upgrade-Stufe beinhaltet wirklich alles. Weil ich habe einen AM4-Prozessor. Da bin ich gerade an der Leistungsgrenze so gesehen angekommen, was die PCI-Struktur leisten kann. Holy. Und die Grafikkarte. Auf jeden. Ich glaube, Monster Hunter Wilds mit schlechter Grafik zu spielen, das ist es nicht wert. Das würde ich auch eher Hardcore spielen. Auf jeden. Da würde ich auch drauf sparen. Ja, und Grafikkarte habe ich eine 3080. Die läuft super mit dem Rechner hier. Aber halt, wenn ich da eine stärkere haben will, kann ich maximal bis zu einer 4070 gehen. Und besser geht halt erst dann, wenn ich einen neuen CPU habe und dann brauche ich ein neues Mainboard, neuen Arbeitsspeicher, alles neu. Außer Gehäuse. Conway Lager. Gut, ich gebe es zu. Die Abkürzung durch den Umbra-Krater war die schlechteste Idee. Aber wir haben keine andere Wahl. Dieser unnützige Hank hat getrödelt. Als würden wir wohl ohne etwas improvisieren zu spät am Handelsposten lodernden Fels ankommen. Und dann würde ich mein verdientes Gold verlieren. Und das darf nicht sein, nicht wahr? Natürlich hat Hank während seiner Nachtwache in den Jasper-Inseln gepennt. Wie dumm. So ein Saft-Hirn. Wir haben bei der Flucht das Paket verloren. Wie auch immer. Dann schreiben wir eben unseren eigenen Brief. Und das Geschenk nun ja. Der Schmied wird gar nicht merken, dass es fort ist. Ich werde mit irgendetwas Nettem unterschreiben meine kreativen Säfte zum Fließen bringen. Hank kann sicher helfen. Der Kerl wird nichts ahnen. Einfach nicht wahr? Hm, sind die nett. Okay, sieben Jahre ist jetzt auch schon... Äh, sechs Jahre meine ich, sorry. Ist jetzt auch schon eine Zeit, ne? Meiner ist jetzt drei Jahre alt. Und ich habe einmal... Ne, insgesamt ist er fünf Jahre alt. Ich habe einmal CPU und einmal Grafikkarte gewechselt. Nachtwache, ich bin nur ein oder zwei Sekunden eingenickt. Ich schwöre. Ich dachte, mein Bruder würde mich wecken. Aber nein, es war fauliger Atem eines Verbrecher, der mich aus meinen Träumen riss. Ich habe Matthew aufgeweckt und wir sind geflüchtet. In unserer Eile haben wir das Geschenk fallen lassen, das wir für das Mädchen verschicken sollten. Was nun? Ach, was soll's. Und wenn schon, haben uns eben ein paar Widerlinge aufgemischt, haben wir eben das dämliche Geschenk verloren. Matthew meinte, es sei Zeit zu improvisieren. Wir haben unsere eigenen Briefe geschrieben, meint er. Auf wunderschön parfümiertes Papier. Er wird es gar nicht merken. Jetzt müssen wir nur noch unterschreiben, aber es gibt Probleme. Äh, es gibt ein Problem. Ich habe Ihren blöden Namen vergessen, Rachel Reagan. Wenn ich mir nur an den... Wenn ich nur nicht diesen verfluchten Brief in den Jasper-Inseln fallen gelassen hätte. Okay. Okay. Wir sollten ganz schnell... Ganz schnell... Sind das dieses Minzfleisch... Minzfleisch... Ja! Das ist das Minzfleisch. Geil. Ja, also ich habe bei mir zum Beispiel... Habe ich mir das aufgeteilt, was für's Gaming... Besser ist, sag ich jetzt mal. Und habe mir dann jetzt als Next Step... Ähm... Einen neuen Monitor gekauft. Und ähm... Ja, so ging es dann halt weiter. Also ich habe erst... CPU getauscht. Dann die Grafikkarte getauscht. Und jetzt habe ich einen neuen Monitor gekauft. Alles für die Gaming-Verbesserung. Und jetzt ist halt die... Nächste Stufe nur noch... Neue Grafikkarte wieder. Und dann kann man einen neuen Monitor holen. Und dann vielleicht das komplette Unterleben davon erneuern. Und dann kann man einen neuen Monitor holen. Da gibt es für mich nur zwei Einschränkungen. Die wichtigste von allen ist... Kennst du jemanden, der schon mal einen PC zusammengebaut hat? Das ist die wichtigste Einschränkung, die ich... Da sehe, sag ich jetzt mal. Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Aha. Drei Wände hoch wäre dann so hoch, ne? Eins, zwei, drei, ja. Ähm, die Außenmauer oder Hauswand? Ja, drei. Auf jeden. Und dann zwei breit, also so breit wie die, den freien Abstand jetzt hier oder nur ein breit? Oh, willkommen zurück. Caravan-Bäh, Caravan-Reise. Ja. Auf jeden. Mit vier hoch, äh, drei hoch, ein breit. Jetzt ist die Frage, kann man denn schöne Zinnen bauen? Das hatte ich nämlich noch nicht getestet. Ich bin mit meiner Karawane aus dem Ödland hierher gekommen. Ähm, wir wurden von Jasmine, der Tochter, der Verschor... Der verstorbenen Königin Erlands angeführt. Ich wäre ihr überall hingefolgt. Doch am Ende ging sie... Die Erbauer haben unterschiedliche Pfade für uns vorgesehen. Ich wünschte, es wäre nicht so gewesen. Ich würde alles dafür geben, ein weites Mal an ihrer Seite zu sein. Ah, die hat den einen Brief geschrieben. Okay. Äh, ja, okay. Das dürfte echt nice aussehen. So, kann ich hier bei dir was bauen? Banner. Irgendwie sehen die komisch aus, oder? Schränke, Regale... So, ich will mal gucken, wie das Geländer... Oh. 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 Oh, das sieht geil aus. Ja, 4 sieht wirklich ein bisschen sehr hoch aus. Das sieht dann... Ja. Aber guck mal, jetzt habe ich hier gerade das perfekte Bild in der Sicht. Ha, jetzt haben wir sogar was zum Pointen. Ich glaube, sowas musst du dann noch machen. Ich glaube, sowas musst du dann noch machen. Oben... Noch einen Abstand mit reinbringen. Ich glaube, ich glaube, das würde richtig gut aussehen. Ich glaube, das würde richtig gut aussehen. Dann... Dann... Oh. Ich habe da schon eine Idee. Aber es geht jetzt erstmal hier hin weiter. Twitch steht eine 1 ich habe keine coolen Ideen für die Twitch haben Rotterdam ok oops schluss 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 ok vorsichtig vorsichtig öh öh ah schluss 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 Okay, was erwartet mich hier? Okay. Hello there, oh Gott. Eine Zelle. Wo bist du Schwester? Liebste Lupa. Als wir getrennt wurden, war ich außer mir vor Angst. Ich suchte und suchte, es fühlte sich an wie Tage. Und ich fand nur Rodalton? Ein Dieb aus dem Umbra-Krater. Er meinte, dass du im Gewalt des Auftraggebers wärst. Warum nimmt er Kinder mit an diesen elenden Ort? Der Auftraggeber mag zwar grausam sein, aber Rodalton hat mir versichert, dass du noch am Leben bist, wenn auch als Gefangene. Er versprach mir, diese Nachricht zukommen zu lassen, Schwesterherz. Ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass du nicht mehr lange in Fesseln liegen wirst. Wenn du entkommst, kehr nach Hause zurück. Dann werden wir uns rächen. In Liebe, Kendal. Hallo. Ah! Schmiedewerkzeug. Wurzelstab. Wurzelstab. Woah. Oh. Ich will hier raus Hallo Ich hab leider keine Zeit für dich Jetzt hab ich Zeit für dich Geil Einfach nur, weil du diese blöden Sachen abbaust Oh, find ich lustig Oh, nice Aber ein Level up Gerüchte über den Umbra-Krater Hallo Emma Es war seltsam, dich auf dem Markt zu treffen An einem Ort, an dem du eigentlich nicht hättest sein sollen Aber ich konnte diese Notiz in die Lieferung zum Umbra-Krater schmuggeln Und hoffe, dass du sie findest, bevor es jemand anders tut Auch wenn wir nur kurz miteinander gesprochen haben Konnte ich erkennen, dass du eine anständige Frau bist Die Gerüchte, der Umbra-Krater sei ein grauenvoller Ort der Unmenschlichkeit Können also nicht wahr sein, oder? Ich hab so viele Geschichten über Untaten und Verderben gehört Ich hoffe aufrichtig, dass wir beide nun erkennen Dass sich die Welt von unseren Augen verändert Vielleicht brauchen wir einander, um zu überleben Bitte schreib mir zurück Von Carlos Die Entstehung eines Sees Mein Sohn erlaubt mir dir, eine Geschichte der Schöpfung zu erzählen Sie wird seit vielen Generationen in unserem Volk weitergegeben Also hör gut zu Wenn ich fertig bin, gehört die Geschichte dir Und du kannst sie an deine Verwandten weitergeben Unser See fiel von den Sternen herab Dein Volk ist von Natur aus ein Wandervolk Und als wir in dieses Land kamen, war es trockener und dürr Wir konnten den Weg zum Wasser nicht finden Also riefen wir den Himmel an Die Erbauer Und sie antworteten Der Himmel tat sich auf Und sandt ein helles Licht Genau an die Stelle Es traf auf die trockene Erde Und offenbarte diesen See Wie er sich mit Wasser füllte Um unser Volk zu versorgen Vielleicht fragst du dich jetzt Wo die Erbauer nun sind Um das Meer Masma aus diesem Land zu vertreiben Wo ist das Wasser hin Der Lebenssaft unseres Volkes Mein Sohn Wir alle stellen uns dieselbe Frage Wo ist das Wasser? Das war's für heute. Ja, ist ja auch, äh, schwerer als, oder härter als normaler Stein, oder nicht? Strom abwärts von etwas Faulem an alle, die diese Gewässer angeangelt haben. Weiter flussaufwärts wütet die Verderbnis. Ich habe gelegentlich schon Vieh und Waldtier in den Stromschnellen vorbeischwimmen sehen. Gestern dachte ich, ich hätte einen größten Fisch an den Haken bekommen. Als ich ihn einholte, hat er sich als verrottete Leichnam herausgestellt, der von einer Art Krankheit befallen war. Haut und Knochen waren verdreht und kaum noch zu erkennen. Und als ich noch schockiert da stand, tauchte schon zwei weitere auf und zogen an mir vorbei. Was für ein Unheil sucht dieses Land heim. Was für ein Unheil sucht dieses Land heim. Das war's für heute. Gott. 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 Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Ammoniakdrüsen. Okay, cool. Ich muss noch weiter nach oben. Oh, was ist das denn? 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 Ja, ich denke mal hier werde ich jetzt drauf gehen. Hm. 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 Hey. Geheimnis gelöst. Schmiede Werkzeug für mich? Wie seltsam. Nun, ich habe reichlich Verfindung für sie. Ich habe meine alten Sets vor Ewigkeiten bei einem Feuer verloren. Klick, sie nehmen mich hin. Ja, vielen Dank, Flammblut. Was haben wir denn da? Du hast einen echten Brief gefunden, adressiert an mich. Rochelle, vielen Dank, Flammblut. Ich werde ihn in Ehren halten. Immer. Okay, das machen wir doch jetzt einfach mal. Was kriegen wir denn Neues für den Schmied? Oh, Wächterset. Oh. Bronzebarren. Ja, hattest du schon Zinn gefunden? Oh. 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 Kennst du vorbeig, Wabbit. Nejc. Welchen Stein hast du verwendet? Oh. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ah, nice. Ah, nice. Ähm, von der Mauer kannst du die auch noch als normalen Gang verwenden. Das wird man wahrscheinlich nicht oft nutzen, aber das ist glaube ich nur so ein nettes Extra. Ah, nice. Ah, nice. Ah, nice. Okay, wir müssen da hin. Wie? Ah, ich glaube wir müssen hier einmal komplett außen rum und dann kommen wir da hin. Ja. Okay. 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 Und wenn du weißt, wie deine Häuser positioniert sind. Vielleicht kannst du einfach nur das Mauerfundament setzen, dass du weißt, wo du die grob als Außengrenze setzen willst. Aber wenn du dann später alles fertig hast, dann würde ich die als Abgrenzung deiner Basis nutzen und vielleicht kannst du dann in einigen Bereichen noch so ein bisschen reingehen. Oh. Okay. Best. Ja. Oder so. Wenn du die Häuser direkt an die Mauer anschließt, ne? Ja, die Häuser, die Leute, die brauchen ja nur vier Ecken und Dachen. Dann sind sie glücklich. Obwohl. Ja. Ah, okay. Oh, oh. Oh, ja, wir müssen hier einmal außen rum. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das war's für heute. Ja, aber das geht auch. Und dann machst du vier Ecken und in die vier Ecken packst du die... Oh. Äh, dingstens rein. Irgendwie sowas denk ich mal. Ja. 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 Da fällt mir auch nichts zu ein, wie ich, ähm, so einen Turm bauen würde. So, weil standardgemäß... Oh, kannst du ja viereckig bauen. Aber mit den kleinen kannst du ja auch fünfeckig bauen. Aber ich glaub, das sieht dann trotzdem komisch aus. Ja. 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 Okay. Glas beim... Nice. Was ist das hier? Auch einfach nur Sand. Gedüngte Farmerde. Sandstein. Oh, guck mal, jetzt fangen wir richtig an. Ein Sandthron. Normale Sandsteinblöcke. Ah, cool. Gibt es hier auch ein neues Holz? Palmholz. Diese goldene Farbe da. Das will ich mal rausfinden, was das ist. Ist das Schwefel? Schwefel. Okay. Kriege ich da noch was anderes? Oh, vergiftete Eisenpfeil. Oh Gott, die sind ja Stufe 21. 25. Okay, laufen wir hier weg. Hi. Äh... Wie meinst du das? Schurkenhelm. Schu... Safran. Wildjäger. Oh, ich kann Fotos machen. Pflanzenfaser. Das ist jetzt neues Holz, was wir gefunden haben. Jetzt haben wir... Palmenholz. Und... Ich wollte gleich wieder zurückreisen. Mal gucken, was wir... Für... Ähm... Dings des bauen können. Neue... Äh... Gott. Hilfe. Neue Blöcke. So. So. Fahm gehöpft. Was ist das? Was ist das? Oh, fossile Knotenfeinde. Wie bekomme ich die denn? Hello there. Oh, und weg hier. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Shhh! Oh, no! Ja, das kann ich mir vorstellen, weil du willst ja immer noch eine gerade Fläche dazwischen haben, damit du im Kreis, ja, okay. Und überlegt, ob du, äh, hier ist es gleich noch, mit, äh, einfach nur Leitern arbeitest, statt mit Treppen. Oder mit den Ankern, dass du dir einfach so Deckenanker setzt und dann schießt du dich mit dem Enterhaken nach oben. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Also die Leitern funktionieren, deswegen fragte ich. So, wollen wir doch mal eben zurückreisen. Warte, hab ich nämlich hier gemacht. Weil die funktionieren, funktionieren ganz gut. Also auch so ein bisschen an Realität angeglichen, sagste. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, das kann ich verstehen. Oh, Stufe 17. So, Palmholzblock, veredelter Sandsteinblock. Oh, wir brauchen noch Sandstein. Oh, das Palmholz. Das als Inneneinrichtung. Alter Schwede. Der Sandstein sieht nicht so frisch aus, finde ich. Oh. Glas. Sand. Und... Oh. Das ist wirklich unregend. Oh. 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 Das Glas durchläuft. Oh. 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 aus. Wanddekoration. Ja, Bilder. Okay. Schränke. Regale. Die sehen auch mal nice aus. Geschirr. Okay. Das Glas ist nur für Geschirr. Das ist irgendwie enttäuschend. Oder können wir hier Fenster bauen? Bei dem hier andere Fenster? Schurken-Set. Oh Gott, was gibt es denn hier noch alles? Oh Gott. Oh Gott. So, ich wollte mal eben gucken, wo man Zinn findet. Also wirklich da oben in den Normands Heights. Also hier oben. Also hier unten. Dann auch noch ein paar Pfeile. Oh Gott. Oh Gott. Ja nice Also deswegen bin ich auch gerade zurückgekehrt So, dann eben nochmal Da wir Stein hier haben Kann ich ja, ja So So Oswald hat alles Katwin hat auch alles Imkerpfeife, das hier wird noch interessant So So, schonmal ein bisschen Sandstein abbauen Weil ich nochmal gucke, wie wir die anderen Sachen sehen So So Ja Ja, das Spiel hat das irgendwie drauf, habe ich das Gefühl Zwischendurch echt so Herzinfarkt-Momente zu verursachen Aber das hatte ich auch schon sehr oft Da oben gibt es auch bestimmt wieder irgendeinen Bauwerkstoff Das sieht so Prädestiniert dafür aus Ja Oh Gott, kenne ich Ich erschrecke mich bei den Viechern dann auch immer Oh, da ist ja noch so einer Was leuchtet denn da Okay Kora 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 Oh, es ist das für, es ist das. Ist das hier vom Drachen? Das müsste doch dieser... Ja, fossile Knochen. So, kann ich hier bei den alten Knochen direkt abbauen. Würde ich auch machen. Vor allem, wie viel Zeit du da verbrätst, nur damit du die Hälfte des Steins bekommst, den du mit Kupfer bekommen würdest. Macht ihr die Quests immer zusammen oder warum möchtest du warten? Oh, 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 oh. Spannende Musik So, das reicht jetzt erstmal Und dann gucken wir mal, ob wir dann irgendwo doch nochmal Zinn finden Weil das sieht ja alles aus wie grauer Zinn Okay, das Kann ich verstehen Würde ich auch gerne Aber da ist natürlich die Frage Wenn derjenige irgendwie nur einmal die Woche online ist Dann würde mich das auch ein bisschen nerven Oha, was hier passiert Das ist ein neuer Stollen Achso, ja okay Dann sei ihm diese Ausnahme gewährt Die will ich nicht Oha, was hier passiert? Oha, was hier passiert? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, okay. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Das war's. Oh, es fehlen noch zwei. Oh. 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 Gott. Gott. Oh, ich bin oben. Nice. Schön. So, und hier soll irgendwo... Da. Dann holen wir uns jetzt mal Zinn und ich bin gespannt, wie, ähm, ob wir eine Zinn-Spitzhacke bekommen. Ich bin gespannt, wie, ähm, ob wir eine Zinn-Spitz haben. Ich bin gespannt, wie, ähm, ob wir eine Zinn-Spitz haben. Ich bin gespannt, wie, ähm, ob wir eine Zinn-Spitz haben. Große Tor. Nice. Bronze Bar. So, und. Zusammen ist die Steini ganz groß. Was ist das? 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 Holzsäure Was ist das? 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 Der grobe Sandboden, der grobe Sandboden, der grobe Sandboden, der sieht nice aus. Was ist das? 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 was? Was ist das? Was ist das? was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? was? Was ist das? 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 ist das? Was 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 ist das? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Now get out. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Warte. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jo, sauber. Kann ich aber auch verstehen, dass dort immer ewig und drei Tage alles. Ah, ganz bitter. Geschirr. Das war's für heute. Oh. 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 Was ist das? Unser letzter Atem ausgehaucht. Wir sind gespalten worden, auseinandergerissen wie ein Aal mit zwei Köpfen. Die Zwietracht in unserer Mitte trennt unsere Jüngsten von den lodernden Sternen. Ein neues Kapitel bricht an. Sie wollen die vergängliche Flamme schützen, die von den Herdfeuern und Glühwürmchen der Menschheit inspiriert wurde. Wir werden alle wanken und fallen. Wir stolpern nun doch zuallerletzt. Hauptsächlich verwirrt. Wir wollten auf unserer Expedition die Sprache der Erbauer entschlüsseln. Meine bisherigen Erkenntnisse? Das kleine Symbol, das aussieht wie schlafendes Feenwild bedeutet Feuer oder so ähnlich. Ich behaupte in aller Bescheidenheit, dass diese Symbole auf die haarsträumende Weise entwickelt wurden, nur um die Forscher absichtlich lächerlich zu machen. Vielleicht ist es wahr, was die Leute in der Stadt sagen und die Erbauer wollen ihre Geheimnisse wirklich für immer bewahren. Ich frage mich, was sie verbergen wollen. Ich frage mich, was sie verletzt hat. Jo, schön, dass du wieder da bist. Nein, 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 nein. Was ist das? Oh ja, man kann die ja später einfach neu bauen, also das geht ja zum Glück relativ entspannt in dem Fall. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass man keine richtigen Rundungen bauen kann, also sieht der Turm aktuell noch ein wenig komisch aus. Ich bin mir da noch nicht sicher, wie ich den besser bauen soll. Den Eingang hier finde ich eigentlich ganz cool, nur dass da oben, da bin ich mir noch unschlüssig, das sieht irgendwie komisch aus. Ja, müssen wir einfach mal weiter gucken, wie man das am besten macht. Aber geplant ist es, dass hier der Eichemist reinkommt und mit Schnellzugang. Und ja, vielleicht mache ich hier noch so ein paar Landeplattformen hin, dass man einfach springen kann und sich dann wieder ranziehen kann zum nächsten Gebäude oder so. Mal gucken. Ja, ich werde aber für heute offline gehen. Ähm, ich bin ein wenig durch und mein Oberschenkel tut mir krank weh. Äh, ich hoffe, das wird morgen besser, aber heute habe ich schon bedeutend länger durchgehalten als gestern. Und ja, morgen 20 Uhr startet das Minecraft-Projekt. Ähm, ich werde, denke ich mal, oder ich werde auf jeden Fall vorher schon streamen. Und dann irgendwie zum Projekt habe ich noch keine Ahnung, wie das starten soll. Aber irgendwie um 20 Uhr treffen wir uns und dann geht's los mit Livestream, allem drum und dran. Äh, ja, würde mich freuen, wenn du auch mit dabei bist. Und dann spielen wir wieder einen ganzen Haufen Minecraft und legen die ganzen anderen Spiele mal wieder zur Seite. Ja, ähm, genau. Ich wünsche einen schönen Abend. Äh, viel Spaß noch beim Zocken und beim Bauen und ja. Ähm, ja, also ich glaube, der Anfang wird nicht ganz so interessant sein. Ähm, da wird sehr viel, erst mal der Basic-Stuff gemacht. Ähm, aber ja. Aber danach, ich weiß noch nicht, wie lange ich streamen werde, aber... Vielleicht kann man dann schon ein, zwei Sachen zeigen und sonst kann ich dir da einen ganzen Haufen dann am Samstag oder so zeigen. Mal gucken. Genau. Aber trotzdem dir eine gute Nacht und schlaf gut und viel Spaß beim Zocken. Und dann morgen... Ja, stream ich dann auch irgendwann wieder. Ich versuche früh. Aber ich will mal gucken, wie das mit dem PC-Teilen ist. Und wenn das, äh, morgen richtig funktioniert, dann wird die Grafikqualität bedeutend besser. Dankeschön. Und dann bis morgen. Genau. Und dir auch eine gute Nacht. Und, äh, ja. Schönen Abend dir. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Entschuldigung!